Yo, 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 YouTube! Hier ist wieder Nuyen, euer BarbarPro. Willkommen zurück auf meinem Channel. Und zwar heute ein ganz geiles Video. In Dresden wird das allererste Mal ein Snipe Store eröffnet wird und wir fahren deswegen zusammen durch TIN. Also ich nehme euch mit. Und zwei Freunde holen mich dann gleich ab. Das Coole ist noch ein Kumpel von uns. Er will sozusagen einen neuen Style haben und wir werden ihn sozusagen beraten, ihn neu transformieren. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Es wird ganz witzig, denke ich mal. Auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video und immer schön dranbleiben, euer Nuyen. Ciao! So Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg. Die Jungs sind hier. Können wir abchecken. So, es geht, Alter. Hier sind die Jungs unterwegs, hier. Bis dahin, Mann. Bis dahin, was geht? Wir fahren jetzt nach Dresden mit denen hier. Für ihnen gibt es heute einen Style Check. Richtig nice. Das Wetter ist natürlich scheiße, deswegen bis später. Ciao! So, wir sind jetzt im Auto, meine Freunde. Ich sitz ganz hinten, weil die King sitzt nochmal hinten. Sparek Obama. Oder? Keiner sitzt vorne. Oh, dann. Wer weiß, du? Und er hört die ganze Zeit. Spaß! Ich hab ich... ...sparkoizition, aber 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 ich... ...be bakt. Fuckers, wir sind jetzt in der Zentrumgalerie. Wir gehen jetzt auf den Weg zu Snipes, meine Freunde. Oh, man hört schon die Musik. Check es mal ab hier, oh shit, richtig nice. Richtig geil hier, es sind schon so viele Leute unterwegs hier, alle schön hier warten. Man f***er sind jetzt hier in Snipe angekommen, richtig geil. Jao, gib mal was. Darf ich euch füllen? Really nigga? Okay. Ja, nice. Killer. Jetzt ist es ein Snipes hier. Das Snipes? Killer. Okay, sehr gut. Yeah, nice. Das ist eine Vlogkamera hier. Arbeiter mit Killer, oder? Snacks. Jawoll, Snacks. Jackpots hier. Yeah, hier gibt es überall Krassschuhe. Hier ist einfach alles voll, ich schwöre. Richtig voll. Yeah. Und? So nice hier auf jeden Fall. Hier sind so viele neue Sachen unterwegs. Ich feier das mega. Hier in die Caps, könnt ihr nochmal sehen. Ja, Leute. Das ist King, hier in Snipe mitarbeiten. Ich wusste gar nicht, dass du bei Snipe mitarbeiten bist. Seid wann das? Kurzfristig, ja. Fisch King, Alter. Das ist auch sein Bad und so. Willst du irgendwas sagen in die Cam, Alter? Ja, besser Frisur hier, Mann. Besser Frisur hier, Mann. Ja, aber Killer auf jeden Fall. Nice, Mann. Ja, Mann. Die Jungs kennen mich hier alles schon. Zumindest die meisten. Ist auch immer richtig fresh hier. Hier gibt es so viele Sachen neue. Und die Schlange ist einfach übertrieben lang. Richtig Killer. Guck mal, hier gibt es richtig krass sogar Düstigkeiten. Glaub ich filmen? Ja, oder? Glaub ich filmen? Ja. Okay. Oh, Dankeschön. Ja, Mann. Ich hab selbst Süßigkeiten gerade bekommen. Schmeckt gut. Bis später. Ciao. So, vorhin ist Snipe. War richtig geil gewesen. Jetzt gehen wir mal kurz Foodlooker. Checken mal ein paar Sachen. Ein paar neue Sneakers ab. Vielleicht gibt es ja irgendwas hier. Geil, die neuen Sneakers. Besonders ich feier. Besonders. Die hier. Die sind richtig geil, ey. Das ist ein liebes Fleisch, ey. NMB ist hier. Nice. Schaut euch auf den Laden und bis später. Ciao. Wenn der das schafft, das kriegt er von den Bullen. Alter, wir machen nur Scheiße hier. Was geht? Was geht? Wir sind jetzt im Sport-Check. Wir suchen nach Ultra-Boost für unseren Kollegen. Aber anscheinend hier in Dresden City gibt es sowas einfach nicht, Alter. Voll mies. So, wir sind jetzt in Zara angekommen. Wir haben jetzt endlich was gefunden für ihn. Wir haben echt lange gebraucht, um jetzt mal ein Outfit für ihn zu finden. Aber ich hoffe mal, das ballert jetzt richtig. Wie findest du es? Das sieht nicht schlecht aus. Das ist halt ungewohnt. Man sieht die Hose. Ja, das ist mal was anderes, ne? Ja, das ist halt... Aber Bro, glaub mir, du siehst echt besser aus. Also, nicht besser als vorher, aber das sieht einfach vom Style auch anders aus. Ja. Das ist einfach... Bombe! Wir haben es endlich geschafft. Der Junge hat seine Klamotten. Der andere auch. Die wurden beide gesponsert von Zara. Rückplatzierung, ne? Pollock Placement. Ich bleib alles unten in der Videobeschreibung und dann verlegen die... Könnt ihr mir abchecken, die ganzen Klamotten, die die dann haben. Okay. Krank, Alter. Oh, shit. Sag mal, ist mein Bart schon immer so geil, oder? Dieser Junge ist wenig selbst erliebt, aber... Wer macht denn eigentlich immer deinen Bart? Wer macht denn das denn? Okay. Du, also ich hab einmal probiert, mein Bart von Long schneiden zu lassen. Aber da ist nichts rausgekommen. War ekelhaft und so. War richtig verraten. Aber jetzt sieht man... Jetzt mach ich meinen Bart immer selber. Und seitdem ist er nicht mehr so ekelhaft, wie er vorher war. Und selber gemacht. Wenn Long sein Bart macht, dann sieht er immer so aus wie bei ihm selber. Und ja... Könnt ihr euch mal angucken. Alter, der... Alles, was er gesagt hat, bitte nicht glauben. Das ist alles Fake. Das ist ein Fake-Mensch. Mach mein Running Man. Das ist einfach im Adidas-Store, Motherfucks. Da sehen wir auch schon den größten Chef. Was? Ne, ist ne Kamera von mir. Was ist ne Kamera hier? Du musst da einfach mit zwei Mal und so. Was? Dann mal schnell. 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 Alter, der Junge hat jetzt auch Bock auf Ultraboost. In weiß, die sind so fett einfach. Richtig geil, Mann. Was sagst du denn dazu? Zeich sind überhaupt cool, oder? Von dem Laufen her? Ja also. Ich würde sagen. Die sind zwar nicht schlecht so, aber es liegt mehr an Menschen, dass die so geil rüber-kommen. Das ist sowieso... 46. Ballert auch. Ich bin from England, und mein Englisch nicht so gut. Es ist nicht der Yellow von der Ecke. Das ist der geilste Typ gewesen, den es gibt. Jetzt bin ich natürlich noch geiler und mit Abstand der Beste. Jetzt gehen wir zum Auto, schaffen die ganzen Klamotten, Sneakers weg. Danach gehen wir noch etwas essen, etwas Kleines. Dann denke ich mal, dass es dann schon wieder abgeht nach Hause. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause. Ich habe gerade kurz gepennt und dann hat er mich geweckt mit diesem Lied hier. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Das war's. Ich mache jetzt nach Hause. Die haben mich nach Hause gefahren. Die Mottfucker. Yo, yo, meine Freunde. Ich bin jetzt wieder back in town. Ihr könnt ihr es sehen. Die Jungs haben mich nach Hause gefahren. Und es war auf jeden Fall eine krasse Session, die wir gestartet haben. Erst Snipes, dann das Umstyling, dann allgemein. Gechillt, noch gegessen nebenbei. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einfach so mal ein Lifestyle von mir, was so abging heute. Und wenn es gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Kommentiert unter diesem Video. Und vergesst bitte nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Euer Nuyen. Ciao.